Hallo, hey Drohni! Na, Schnuffelmaus, wie geht's? Hast du mich vermisst? Ja, ich hab dich auch vermisst. Ich hab dich auch vermisst. Was hab ich denn hier überhaupt für lauter Zeug angestellt? Was haben wir denn überhaupt? Tag 51. Tag 56 ist heute. Wir haben 20 Uhr schon wieder. Ey, die Zeit vergeht. So, was haben wir hier eigentlich alles gemacht? Gleich abschießen das den Nein? Stimmt nicht. Lass Drohni in Ruhe. Das arme Ding. Das arme Ding. So, hier läuft nichts mehr durch. Hier ist überall das Holz durch. So, zack. Dann nochmal hier nochmal ein bisschen. Gucken erstmal die ganzen Schmieden durch. Panzerglas. Hat da eine Rohmfrost schon relativ gut eingeschmolzen. Kugelsicheres Glas. Wie können wir da mal machen? 70 Stück. Ja, dann machen wir doch gleich mal 70 Stück, oder? Frosty. Hauen wir gleich mal 70 Stück durch. Ansonsten haben wir Stein haben wir eigentlich schon massiv. Da hauen wir nochmal Eisen rein. Dann hauen wir hier nochmal Stahl durch. Hier hauen wir auch nochmal Stahl durch. Hier haben wir nochmal so viel Stein. Da können wir nochmal zu nennen. Ganz so gut gebrauchen. Das siehst du. Das siehst du. Dann läuft's doch. Wo hab ich denn mein ganzes Holz hin? Da ist ja mal ein ganzes Holz hin. Oh mein Gott. Äh. Hab ich das alles schon verbraten? Okay. Hab ich das alles wohl schon verbraten? Ohoho. So, hier war nix drin. Hier läuft noch was durch. Können wir hier noch was durchlaufen lassen? Das sind Geschossspitzen. Warte mal, dann nehme ich dich gleich mit. Die Geschossspitzen. Patronenhülsen. So, wie schaut's hier aus? Hier haben wir nochmal Messing. Hier haben wir nochmal Kohle. Und hier haben wir nochmal Bleikohle und Gedöns. Dann können wir nochmal Messing hier einschmelzen. Blei. Ja, Lehm ist eher das, was man bräuchte, ne? Können wir nochmal hier Blei einschmelzen. Dann können wir hier gleich nochmal Blei reinschmeißen. Blei. So. Dann habe ich kein Holz mehr. Oh, ein bisschen Holz. So, warum kann ich das nicht machen? Dann kann ich Mechaniker. Okay. Lehm hast du eine Menge? Ja, also. Ja gut, du hast die ganze Zeit gebuddelt, ne? Du hast ja gebuddelt wie ein Großer. Von daher müsste ja relativ viel Lehm da sein. So. Hat er hier noch irgendwas am Laufen gehabt? Hier waren noch meine ganzen Zementblöcke. Hast du die gemacht? Die packe ich mal oben rein. Hast du die Zementblöcke gemacht oder habe ich die gemacht? Weiß ich jetzt gar nicht. Schwuppsdiwupps. So. Ah, Munitionszutaten. Oh. Wir bräuchten vielleicht auch noch ein bisschen, ein bisschen Nitrat sehe ich gerade. Ist ja relativ wenig. Das ist ja mal gar nicht so toll, ne? Das ist ja mal ja nicht so toll. Hab ich nicht irgendwo die Patronenhülsen? Ich wollte gerade sagen, habt ihr die Patronenhülsen irgendwo hin? Schmottlich, ne? Pflastersteine hast du gemacht. Ich schmeiß die Pflastersteine mal hier rein. So, Munition. Was braucht man eher? Eigentlich 7,62. Na, wie viel kann man machen? Boah. Hier machen wir mal 1500. Und machen dann hier nochmal 9mm 1400. Das ist so, läuft doch. Können wir doch schon mal ein bisschen was durchlaufen lassen. So, nicht, dass du trotz muss ich, glaube ich, erstmal Holz besorgen. Was ist denn da los? So, Schießpulver. 800, 800, 1, 1. Und dann kann ich hier noch zapp, zapp, okay, Nitrat. Hier läuft noch ziemlich viel durch. Hier läuft nicht mehr. Ah, okay. Jetzt wollte ich schon gerade sagen, jetzt bin ich gerade erschrocken. Ich denke mir, warum geht jetzt hier das Zeug auf? Alter. Ich habe gar nicht gesehen, dass du online gekommen bist. Ich bin mal kurz erschrocken, ey. Ich habe mal kurz Bibi in die Hose gemacht. Da hat man kurz der Stift gemalt. Hallo. Hallo. Alter, bin ich erschrocken, ey. Was machst du denn da? Oh, Lehm. Super, danke. Sehr geil. Wo war der Lehm? Der Lehm war hier hinten beim Blei, ne? Beim Blei. Boah. Ja, okay. Das ist... Da geht schon was. Hier ist schon unendlich Blei drin. Zu viel. Hier läuft noch durch. Hier läuft noch Kohle. Lass uns dann mal hier... Statt der Kohle noch mal Nitrat durchlaufen. Was ist das hier aus? Hier läuft auch relativ gut noch durch. Hier kann man auch noch mal ein bisschen was. Was? Das über... Okay, das ist ordentlich. Das ist auf jeden Fall ordentlich. So, packen wir hier ran. Boah, das ist da der ewig. Ey, 58 Minuten. Krasse Nummer. So, pass mal auf. Schießpulverhammer, Betonhammer, haben wir alles angestellt. Haben wir alles angestellt. Hallo? Schlägst mir alles weg. So, Munition. Munition, Munition. Ähm. Ich schmeiß mal... Dich hier hin. Dich. 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 Und die... Wobei, wir haben 21 Uhr. Also wir können jetzt... Haben wir noch eine Quest angenommen? Sehe ich gerade eine Vierer. Oh, ein 5,5... Ein 5,6 Kilometer. Ja gut, egal. Dann machen wir die. Ist doch vollkommen egal. Dann die Munition. Wir haben genug einstecken. Wir haben genug einstecken, das gelangt. Dann können wir... Eisen rein. Drohne, pass mal auf. Nehmen wir den Stahl mit. Das kannst du hier lassen. Dann lass. Lass doch noch Beton einstecken, oder? Naja, komm, hier. Nimm's mit. Das kann weg. Die Stahl kommt hier rein. Komm, Drohne, auf geht's. Warte. Ja. Ach nee, mal. Wobbett habe ich ja unten. Ach, sieh, warte, warte mal. Lass uns mal gucken, was der Neuronfoss hier gemacht hat. Der hat ja hier die Terrasse schön gemacht, ne? Nice. Wir haben hier eine schöne Treppe nach oben. Jawohl. Geile Nummer. Oh, das wird gut. Das wird geil. Boah, das wird eine geile Terrasse. Hammer. Boah, das wird richtig gut, ey. Rinsa, schönen guten Abend. Hi. Ach, Morbus, zog wieder mal Seven Days voll der Süchtige, ey. Ach, gerade der Richtige. Du bist auch am Suchten, oder? Bist du nicht auf dem Story-Server? Wo es nebelt? Oh, ich hab durch. Ja, wie geht's? Die Rinsa, alles gut? Hast du aber gut gemacht, Frost. Die sieht echt gut aus. Kommt echt gut. Ich glaub, das wird geil, die Terrasse. Die wird geil. So. Nein, das bin ich nicht, sind die Halluzinationen. Das sind Halluzinationen. Ja, ja, genau. Genau. Ach, stimmt. Wir haben ja noch alles angemalt letztens, ne? Huch. Ganz schön lebensgefährlich hier, ey. So. Dann geht's hier runter. Schwups, die Wups. Na, komm. So. Dann geht's hier in die schöne, liere Ecke. Tür auf. Aufs Moped. Tür zu. Aufs Moped. Das ist hier unten, wollten wir auch noch fertig bauen, ne? Hier haben wir auch noch was zu tun. Ja, wobei, so viel ist es auch nicht mehr. Wenn ich sehe, was hier schon da ist. Ne, so viel ist es gar nicht mehr. Oh. Zack. So. Dann drive wir mal. 5,8 Kilometer in die Richtung. Alter Schwede, ey. Der Arsch der Wälder, ey. Vor allem eine Vierer-Quest bei Nacht. Wie lebensmüde muss man denn sein, ne? Wie lebensmüde muss man sein? Und er sagte, ja. Ja. Vorsicht. Bleib doch mal liegen. So, ich brauch Holz, hab ich gesagt, ne? Alter, was war das? Das muss mich erschrecken. Bist du das Wahnsinn? Ganz voller Schrocken. Och, ernsthaft. Was sind die für Zombie-Invasionen hier? Das ist ja wie in der Apokalypse hier. So, dalla. Hab doch, glaube ich, auch noch Punkte von der letzten Runde. Ach nee, hab ich alle ausgegeben. Okay. Wenn wir diese Wunsch-Träume. Und weiter geht die Reise. So, da müssen wir lang. So, ein bisschen Holz brauchen wir noch. Wir brauchen noch ein paar. Ein paar Blöcke auch wieder. So, Rahmenblöcke. Machen wir mal 100 Stück. Fertigen. Und los. Also, eigentlich geht's mit Urlaub und so. Aber ausgerechnet, jetzt droht mein PC an Altersschwäche einzugehen. Das vermissen wir ja gerade ein bisschen den Tag. Ja, ist, glaube ich. Das ist scheiße, ey. Das ist natürlich scheiße. Also, vor allem PC. Das wird dann auch gleich wieder so eine teure Geschichte. Ist das überhaupt noch verbranntes Biom? Oder haben sie das auch geschafft? Alter. Eichbert, schönen guten Abend. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Schönen guten Abend. Oh, ich bin voll erschrocken. Hilfe! 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 Eichbert, jetzt sehe ich dich besser. Bessere Farbe. Sehr gut. Ich danke dir. Eichbert, vielen, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Schankedön. Verbranntes und zerstörtes Wut zusammen. Ja, glaube ich auch, ne? Ich glaube, das Wut irgendwie zusammengefügt. Also, recht. Oh, nein. Ach, du Scheibenhonig. Alter. Und dir doch nachts. Ja, spottliche Geschichte, würde ich sagen. Eichbert, moin, hi. So, ich muss erst mal ein bisschen gucken, dass ich hier mal ein bisschen Grünzeug zusammenkriege für den Schlafsack. Schlafsack fertigen. Hallo, Faktos Love. Was geht? Gehen sie weg? Au! Ich hab mich geschlagen. Ist halt immer was los, ne? Geh weg. Geh auf zu rennen. Alter, im letzten Atemzug hat er mich noch erwischt. So. Das wird jetzt eine sportliche Geschichte, ne? Das sage ich euch, wie es ist. Das wird eine sportliche Geschichte. So, der Rest kann raus. Das kann nochmal herunter. Dann schlucken wir mal trinken. Das können wir scrappen. So, wie sieht es denn aus? Wir können eigentlich noch was essen hier. Wir können hier hinten machen, was ihr wollt. Ja, die Drohne lebt immer noch. Das ist so richtig blick. Und die wird auch leben. Meine Drohne wird ewig leben. Bis ich eine Sechser kriege. Dann wirst du eingestammt. Nein, Drohne. Nein, Drohne war nur Spaß. Glaub mir nicht. Ich mache nur Spaß, Drohne. Alles gut. Warum trage ich eigentlich immer den Gebietsschutzblock mit mir raus? So, zum Händler. Das müssen wir dann beim Händler abgeben, Drohne. Das machen wir dann. Leider. Drohnenfrost. Pass mal auf, Junge, du. So. Viererquest nachts. Tod der Drohne. Bist du ein böser alter Mann. Wenn ich das mal so sagen darf. Nein, es wird keine Rakete auf die Drohne geschossen. Ich denke nicht. Lecky. Ich denke nicht. Sollten wir mal kurz überlegen. Rein theoretisch können wir den Zementer hier... Ach, Quatsch. Was brauchen wir mit Zement? Ganz im Ernst. Wir haben genug. Wir brauchen kein Zement. So, hier ist eine Kiste. Was haben wir hier? Oh, Säure ist schon mal gut. Sand. Waut auch kein Mensch. Wir haben auch genug. Sprit kann man immer ein bisschen gebrauchen. Master, we are not alone. Ach, servus. Der Dicke, wie er sie hier anschlägt. Also ich muss sagen, da hat die Machete mehr. Bums, ne? Nicht mit der Machete. Was bringt die Drohne? Nerv zusammen. Ja, die Drohne. Great to see you, Master. Also die Drohne bringt erstens mehr Inventar. Dann hast du die Möglichkeit, bei der Drohne auch... auch noch verschiedene Mods reinzumachen. Zum Beispiel jetzt hier dieser... Der Teddykopf bringt 10% schnelleren Ausdauerwiderstand. Dann kannst du noch ein Licht machen. Zum Beispiel, wenn du länger auf der Drohne drückst. Kann sie hier noch eine extra Taschenlampe anmachen. Dann kannst du sie einstellen, dass... Dass sie dich heilt. Wenn du Medipacks bei ihr reinlegst, heilt sie dich, glaube ich, wenn du unter 100 bist oder sowas. Heilt sie dich automatisch. Und dann kannst du, glaube ich, auch noch Munition reinlegen, wenn du sie moddest. Und dann kann sie noch schießen nebenbei. Also es gibt ein paar verschiedene Sachen. Also ich finde die Drohne echt super. Ich weiß auch nicht, was Neuronfass hat gegen die Drohne. Warum er da so ein Problem hat. Ob er da irgendwie so ein Konkurrenzdenken hat gegen die Drohne. Dass er Angst hat, dass die Drohne seinen Platz irgendwann einnehmen wird hier auf dem Server. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich finde sie super, Drohne. Ich verstehe mich mit Drohne sehr gut. Ja, auf jeden Fall erstrebenswert. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh, Alter. 6,61 gewinnt. Ja, Mann. Entschuldigung. So, mal kurz reparieren. Neuronfass. Guck mal, was ich gefunden habe. Das ist genau das Richtige, was wir jetzt brauchen werden. Huch. Ist mir ja noch nie passiert. Hinten liegt noch einer, oder? Hey, war da noch irgendwo einer? War nicht sonst immer einer gelegen noch? Okay. Ich habe Angst, wir sind über eine Vierer-Quest. Hier geht es so gleich richtig zrambazamba. So, was haben wir hier? Hier ist es draußen. Sechser Militärhelm. Oh, da war eine Sechser Drohne, oder? War da die Sechser Drohne? Ja, Mann. Was ist mit euch? Oh, er noch kommt. Hi. Servus. Da war die Sechser Drohne. Ich habe sie gesehen. So, Drohne. Guck mal her. Ähm. Zack. Ich brauche dich. Auf jeden Fall. Äh, verändern. So, du, du, du und ihr kommt raus. Dann verändern. So, hier hast du zum Beispiel, äh, ein Modpack. Erhöhe die Modifikation, die Tragkapazität. Der Drohne wird erhöht. Dann hast du hier die Taschenlampen-Mod. Kannst du, ähm, mehr Mod, mehr Licht machen. Und hier hast du die Ausdauererhöhung um 10%. Wenn du in der Nähe der Drohne bist. Schon mal sehr geil. So, dann packen wir die hier hin. Und dann haben wir ein Sechser Drohne-Line. Und wir brauchen noch ein Pornos. Drohne, es freut mich. Ungemein. Es freut mich so, dass du da bist. Kann mir niemand anderes wünschen außer dich. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier das Falsche dann wegscrap. Ähm, der Helm ist nicht besser als unser Helm. Was haben wir denn für einen Helm auf? Wir haben den hier. Und warum ist der schlechter? Aber Ausdauer. Er macht 0,1. Er ist beweglicher und hat Geräusch. Ne, wir nehmen den, der ist besser. Der ist besser. Verändern. Zack. Dann nehmen wir hier. Verändern. Licht rein. Und tragen. Dann können wir den auch verkaufen. Das können wir scrappen. Die können wir behalten. Die können wir verkaufen. Raus. Raus. Scrappen. Die behalten wir auf jeden Fall. Die können wir auch verkaufen. So, Drohne, pass auf. Hab was vergessen. Du noch. Das kann rein. Das kann rein. Das kann raus. Du kannst rein. Das können wir auch verkaufen. Brauche ich auch nicht. Weg damit. So. Komm, schnuck ihm aus. Hier hinten war man noch nicht, ne? Alter, bin ich erschrocken. Das müsste das Wahnsinn sein. Was haben wir jetzt noch gekriegt? Uh. Zwei Handgranaten. Ist das noch besser, ne? Militärbein-Schienen. Was haben wir? Stahlbein-Schienen. Ne, Stahlbein-Schienen sind besser auf jeden Fall. Swarthelm. Na, egal. Ja, dann geht die wilde Reise. Mittellang trödeln. War geil. Und schönen Jucka-Saft. Was soll ich sagen, Drohni? Jetzt mal ganz im Ernst. Was soll ich sagen? Mir geht's nicht besser. Hi. Oh, sch. Hi, boh, nicht. Oh. Wo kommst du denn du jetzt her? Willst du mich rollen? Alter. Hier sind nur welche draußen. Das ist egal. Hier kommt so ein Spucker dahinten. Der ist auch noch tot. Alter, verreckt noch. Oh, man kommt jetzt alle her. Wer muss denn derzeit gekommen? Huh. Okay, ein Lästchen ist schon mal geil. Warte. Alter. Was ist hier los? Was ist hier los? Komm her. Ernsthaft. Der Sack, ey. Knappe Geschichte. Alter. Der Loot hier ist wirklich geil, ne? Der Loot hier ist schon richtig gut. So, da ziehen wir uns noch Nuka-Smoothie rein. Dann geht's uns richtig gut. So, weiter geht's. Auf jeden Fall mal machen müssen, das nachladen bei allem. Wenn's hier nämlich gleich da drüben abgeht, dann müssen wir hier alles durchgeladen haben. So, Shotgun. Hier ist durchgeladen. Die können wir gleich durchladen. Und hier draußen sind die gekommen. Hier war, glaube ich, nichts, ne? Sicher alle von draußen reingeschlagen haben. Ne, hier ist auch nix. So. Es wird sportlich. Da brauche ich auf jeden Fall erstmal meine Blöcke. Warte. Okay, das brauchen wir auch nicht. So. Puh. Machen wir das jetzt am dümmsten. Ich hab vielleicht schrocken, ich hab gedacht, der lebt noch. So. So. Alter, hier ist echt. So, erstmal müssen wir so machen. Oh nein, der Server hängt. Wo hängt denn der Server heute so? Willst du mich rollen? Guck. Hä? Ah, jetzt hab ich es. Oder sind die Zombies einfach nur verwirrt? Ah, ich mag ja die MP5, ne? Ich mag die ja. Die ist schon richtig porno. holen die jetzt alle hin. Holen die jetzt alle hin. So. Was machen die da drin alle? Weiß wieder keiner. Was tut denn hier? Die sich einfach hier hinschleicht. Die stellt sich einfach hin, ohne einen Ton zu sagen. Na, komm. Incoming enemies, prepare for conflict. Ja, und wo? Ah, hier kommt noch einer. Muss mal ausloggen, komm ich später wieder rein. Okay. Steiner. Hallo. Oh, wie ist das eigentlich gesponsert nicht schon wieder? So. Hier hinten steht einer. Na, komm her. So, gibt es hier noch ein bisschen Munition? Oh ja, hier gibt es Munition. Mach sie platt. Ja, ich versuch's. Ich versuch's. Aber die musst du erst mal alle finden. Und sie anscheinend irgendwie... Kommt ja keiner mehr hier raus. Alles Schiss von mir. Pass auf, jetzt kommen sie gleich alle auf einmal. Hier oben ist auf jeden Fall noch einer, oder? Nein. Weil... Hier hinten ist noch einer. So, wo ist er? Ja, sagst du so einfach. Aber kommt ja keiner hierher. Das ist denn ja. Jetzt will ich mir erklären, wie der mich gehauen hat, weil der... Wenn der da gelegen ist... Ach, das war's schon. Warst du schon? Das war's schon. Okay, dann warst du schon. Sehr gut. Aber hier hilft noch welche rum. Oder sind die draußen? Hä? Ja, die sind wahrscheinlich alle draußen dann, ne? Ja. Ne, dann sind die alle draußen. Dann sollen sie sich mal durchprügeln. Wir gucken uns mal den Hauptblut an. Was wir hier schönes im Angebot haben. Shotgun Versailles ist natürlich immer sehr gut. Bisschen Munition. Haben wir leider schon. Können wir auch nicht. So. Ja, wir gucken mal mit dem Dietrich, ob wir was reißen können. Oh, sieht gut aus. Oh, ich glaube, sie sind durchgebrochen bei einem. Ich habe irgendwas gehört. Oh, oh, oh. Mit einem Dietrich. Oh. Ja, hallo. Na, hallo. So, können wir hier was lernen. Benutzen. Hier sind die Handschuhe. Schlechter als die, die wir haben. Aber wir haben schon welche. Okay. Ne, dann passt das. Dann können wir die Frosti noch nehmen. So gut. Verändern. Ah, ne, das geht nur in Rüstung. Ach, da hinten kommt die Mutti wieder angelaufen. Weißt du. Verändern. Kannst du noch... Ah, ne. Hä? Achso, weil die Fittingsmotsche drin ist. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Passt noch rein. So. Da ist schon eine Tasche drin. Hier ist schon eine Tasche. Hier ist schon eine Tasche. Hier ist schon eine Tasche. Passt hier noch eine rein? Ne, was ist mit denen? Sind die jetzt alle verwirrt oder was? Ich mache nix auf sexisch, Junge. Nicht mache ich hier. Ja, nichts. I got the feeling. Uhuhu. Nein, Gott. Oh, hier sind voll die Ladies, ja. Ich bin der Ladykiller. Komm, ja. Du Sau hier. Komm. Ich gebe es so hart und dreckig. Hart und dreckig. Junge, hart und dreckig. Okay, jetzt wird es ausfällig. Entschuldigung. Hart und dreckig. So, was denn hier? Was ist denn hier mein Gerät hier? Wer stammelt? Komm, dröhne ich. Wir brauchen noch unbedingt noch. Noch. Unbedingt noch die Müt. Zum hellen. Äh, dröhne ich. Warum heißt es denn hier noch 58? Von 100? Was ist denn los mit dir? Sind ja ganz dicht. Reparieren, ja. Machen wir keine Angst. Na. So. Sprit. Sprit. Wir haben es 2.42 Uhr. Also irgendwie haben wir nicht viele Säcke fallen lassen, ne? Nur der hier. Schon ein bisschen traurig eigentlich. So, Hauptbluthammer. Ich hoffe, dein Gerät ist heute mal in der Hose und nicht wie letzten Samstag. Was? Was? Infame Unterstellung hier. Infame Unterstellung. Die wieder herangebracht werden. Das weise ich entschieden zurück. Entschieden. Oh, wir nervten jetzt schon wieder. Wir nervten jetzt schon wieder. So, das kann weg. Ah, das kann weg. Ich pute jetzt. cử- Was? Du bist. Was? Ca$%& Bis zum nächsten Mal.